Horst Keitel war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Keitel erhielt sein erstes Engagement als Bühnenschauspieler 1946 in Heiligenstadt, wo er bis 1951 unter Vertrag blieb. Weitere Theaterstationen waren Greifswald, Altenburg, Berlin und Hamburg. Daneben war Keitel umfangreich für Film und Fernsehen tätig. Er erlangte insbesondere durch seine Serienrollen große Popularität. So spielte er in 13 Folgen der Serie Försterhorn wie auch in 39 Folgen der Krimiserie im Auftrag von Madame den Geheimdienstchef Hummer Halfpenny. Seine bekannteste Rolle war die des gauzigen Rechtsanwalts Reginald Priester als Aufpasser von Percy Stewart, den er in 52 Folgen bei seinen Abenteuern begleitete, wodurch dieser in den exklusiven Exzentrik-Club aufgenommen zu werden hoffte. Für letztgenannte Rolle erhielt Keitel 1970 einen Bambi in Silber. Des Weiteren arbeitete Keitel regelmäßig als Synchronsprecher. Er war unter anderem die deutsche Stimme von John Carradine in Jesse James und Rache für Jesse James sowie von Q, dem Trickspezialisten von James Bond in Im Geheimdienst ihrer Majestät. Außerdem war Keitel als Hörspielsprecher tätig. Horst Keitel war verheiratet mit Hertha Kavina, mit der er oft gemeinsam auf der Bühne stand. Das Ehepaar wurde am 6. November 2015 tot in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg aufgefunden. Nach den polizeilichen Ermittlungen wurde von einem gemeinsamen Suizid ausgegangen. Filmografie 1956 Tischlein deck dich 1956 Ein Mann muss nicht immer schön sein 1958 Ihr 106 Geburtstag 1960 Oben und unten 1960 Lebensborn 1963 Meine Frau Susanne 1964 Vorsicht Mr. D. ODD 1966 Fürsterhorn 1969 Percy Stewart 1970 Ohrfeigen 1972 Im Auftrag von Madame 1973 Hausfrauenreport International 1977 Es muss nicht immer Kaviar sein 1978 Medienklinik 1982 Sankt Pauli Landungsbrücken 1982 Mein Bruder und ich 1985 Grand mit drei Damen 1985 Die Schwarzwaldklinik 1993 Der Landarzt 1993 Böses Blut 1994 Großstadtrevier Der erste Tag 1997 Der Kapitän Zwischen den Fründen Ende Zum second